Bud Spencer ist Jack Clementi. Du behauptest, die sizilianische Mafia hätte ihre Drogensendungen versichert. Aber wenn ich es Ihnen sage. Das ist die Arbeit für einen Spezialisten. Dieser Privatdetektiv. Die Sache ist explosiv. Ermittelt auf seine Art und Weise. Seine Methoden sind etwas merkwürdig, aber äußerst erfolgreich. Bud Spencer ist Jack Clementi. Im Netz der Drogenmafia. Auf das Vierte. Untertitelung des ZDF.